Hallo und hier, ich bin Alpha und willkommen in der Folge Lucky Block Bedrock mit Abgegrüßt. Hallo, guten Tag. Hi, wie geht's? Mir geht's gut und wie geht's dir, Alpha Stein? Wieso weinst du? Du hast mir das gezeigt, ich kann einfach weinen, wie krass ist das denn? Ja, cool, ne? Das ist richtig cool. Und ich wein auch. Okay, willst du rüber gehen? Ich geh auf meine Insel, ja. Wie komm ich da hin? Äh, ich geb dir kurz Game On, aber nix. Oh. Kann ich einfach runterspringen? Oh, ich tippe dich einfach. Okay, los geht's. Los geht's. Okay. Puh, ich muss sagen, ich kenn Bad Rose nur ganz normal. Ich bin gespannt, wie das mit Mods ist. Aber du hast gesagt, mit den Marken kann ich mir was kaufen, ne? Ja, beim rechten Villager kannst du Lucky Blöcke holen. Bei den Linken kannst du Blöcke und alles holen. Essen, holen und alles. Und ja, wenn du Lucky Blöcke öffnest, kriegst du halt ganz krasse Items. Wow, ich hab Android Blöcke. Oha. Ich kauf mir jetzt mal diesen Block hier. Ich mach den mal auf. Dirus. Der hat Dirus Lucky Blöcke. Ich hab Dirus, ja. Woher weißt du, dass ich die Blöcke hab? Ja, ich weiß, wie die aussehen. Ich seh dich doch. Guck. Du siehst mich von... Wow, es gibt so krasse Sachen. Ja. Unzerstörbare Hose. Was? Da gibt's alles, was du dir vorstellen kannst. Neonhelm. Okay, weißt du... Hä? Was? Ich bin grad... Okay. Was denn? Ich glaub... Ja, es... Hilfe. Okay, doch. Alles gut. Ich... Ja. Ja, ich... Es gibt auch Hosen, mit denen du fliegen kannst. Es gibt Rüstung, mit denen du 50 Herzen kriegst und alles. Nicht mehr normal. What the fuck? Die krasse Zeug gibt es denn bitte? Ja. Okay, dann... Dann... Dann komm ich mir jetzt mal einfach die... Die letzten Blöcke. Ich komm mal die von Taylor Blöcke. Deswegen mach sie auch so Spaß. Ja, ich... Ich merk schon, das ist... Oh, hab Schuhe, womit ich fliegen kann. Guck mal. Hey, ne. Du kannst hier einfach zu meinem Bett bringen. Ja, aber mach ich noch nicht. Machst du noch nicht? Halt. Ich hol hier erst mal die Evo-Servite. Ach, die holst du dir jetzt? Ja. Wollen wir vielleicht erst mal kurz unsere Blöcke öffnen? Ja, deswegen ja. Lol. Bei mir ist einfach so ein Turm aus Gold. Aber Gold bringt dir hier nicht viel. Ja, wow, das kann ich mir gut vorstellen. Bei mir ist es ganz... Es gibt halt viel krassere Sachen als Gold. Ich hab ein Gold in den Donut. Was hast du? Alter, was gibt es für Insekten? Du bist einfach unsichtbar. Du kriegst voll das krasse Zeug. Ich hab aber einen Hammer. Hey, wie geht's dir, hä? Nein, nein, hau ab. Hau ab, hau ab. Hey, boah, du hast einfach so ein Schwert. Das ist riesig. Ich weiß. Geh weg, bitte. Alter, ich hab ein Buttermesser. Guck mal. Warte, ich will es sehen. Hier oben. Wo bist du? Ach so, das ist ja noch größer. Warte, komm mal her, komm mal her mit dem Schwert. Was ist, hä? Komm mal her mit dem Schwert, ja? Nee, 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 du greifst mich ein, ja? Ich hab immer ein Sucher. Nein, 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 komm mal zu mir, komm mal zu mir. Komm mal hierhin, bitte. Wieso? Ich möchte was probieren, okay? Nein. Oha, okay, warte, schieß mir nochmal los dazu. Nein, ich hör auf damit, sonst geht der Server kaputt. Ey, dann geht der Server kaputt? Ja, weil, keine Ahnung, es gibt so krasse Sachen, die bringen den Server einfach zum Abspiel. Und dann geht der die wieder an. Echt? Es gibt so krasse Sachen, dass sogar der Server abschmieren kann? Ja, deswegen muss man immer aufpassen. Ich hatte gerade einen Lucky Block, da ist nichts passiert. Ja, kann auch passieren. Das ist eine Trap? Okay, ich muss nur neue Lucky Blöcke kaufen. Die ich jetzt hatte, waren gar nicht so krass. Ich hatte gerade die Vintasia Blöcke. Ich nehm mal die... Ja, komm, ich nehm mal ein paar Pink Lucky Blöcke. Ich hab einen Rainbow Fish. Legendary Rainbow Neon Fish. Ja, Mann, ich hab neue Smarakte bekommen. Das ist auch geil. Ja, das ist wirklich gut. Aber ich hab eh 27 Emerald Blöcke. Von daher... Die hast du aus der Mitte. Die hab ich aus dem Lucky Block. Du hast 27 Lucky Blöcke aus dem Lucky Block bekommen? 27 Emeralds. Ach, Emerald, okay, krass. Emerald Blöcke sogar. Oh, ich krieg das nur so Crap. Du sag mal, welche sind denn die besten Lucky Blöcke? Ja, keine Ahnung, die sind alle irgendwie richtig OP. Welche kaufst du denn immer? Auf jeden Fall ist, glaub ich, der allersteckste Shade und Plural. Plural? Aber die anderen sind auch irgendwie richtig OP. Ich glaub, da gibt's keinen allerbesten. Oh, es gibt TNT-Blöcke. Hol die nicht. Es gibt TNT-Blöcke. Das ist auf jeden Fall mein Ding. Die hol ich mir. Okay, viel Spaß. TNT ist voll mein Ding. Oh Gott, da ist ja nur TNT drin. Du hast, glaub ich, recht. Da ist ja nur vor das lange... Warte mal, das ist ein guter Schwert. Der Lucky Block ist halt gar nicht gut, find ich. TNT Lucky Block. Viel zu gefährlich. Ja, ich merk schon. Hä, das ist ja... Ach Gott, ich hab echt die falschen gekauft. Du hast recht, ich hätte auf dich hören sollen. Die waren nicht gut. Oh mein Gott, ich hab gar nichts in Gast. Du musst dich damit einmal treffen und du bist direkt tot. Alter, ich hab... Du hast voll das geile Zeug und ich hab nur so scheiße gerade. Ja, ich hab halt ein bisschen mehr Ahnung. Ich weiß, was wir auch machen. Guck mal, jetzt acht Fortunia-Blöcke und da muss... Ich brauch jetzt ein bisschen Glück einfach. Warte, Fortunia? Ich hol dir auch mal fünf Stück. Hä, du Goldrüstung. Was ist das? Was hast du bekommen? Ich weiß nicht. Eine Bazooka? Oh oh. Ja, ich glaub schon, ich glaub schon. Bazooka sind gefährlich. Kommt das bis zu dir rüber? Wow! Töne! Was? Alles ist fundiert. Die ist ja richtig krass. Wie geil ist die Bazooka denn? Hör auf oder ich flieg rüber. Nein, nein, nein. Bleib von dem, ich hör lieber auf. Ich hör auf, okay? Okay. Ey! Hör auf! Ich hör auf, ich hör auf. Für mich geht alles kaputt. Ich hab das selber nochmal bekommen. Hier ist noch ein Trank. Alter, ich hab so viele Evoles. Nicht mehr, aber... Tati, ich will diesen Fisch essen. Warte, wo ist der? Tja! Mal gucken, was der gibt. Alter! Mein ganzer Bildschirm ist voll mit Herzen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich geh weg. Hau ab. Nein! Hau ab! Du hast meine Wälder getroffen, die sind alle tot. Echt jetzt? Du Päuer! Du, boah. Es tut mir sehr leid, ja? Darf ich mir kurz ne Milch geben? Ein was geben? Eine Milch? Ja, ja, nimm ruhig ne Milch. Ich geb uns beiden eine, okay? Okay, gib mir auch ne Milch. Zwei, ich hab zu viele Effekte. Womit kann man denn fliegen? Äh, mach mal den. Der Dioros-Luckyblock auf. Der Dioros? Der gibt es Buntheitschuhe, mit denen kann man fliegen. Das sind so goldene Schuhe. Okay. Doch, es geht auch. Warte mal, ich kann auch fliegen. Wie? Guck mal, ich kann fliegen, oder? Geh weg! Nein, wo? Guck mal, die Schmerz ist so groß. Das ist einfach, das ist so groß wie ein halber Bildschirm, wenn du damit kommst. Was? Alter! Was hast du noch da? Nein, weg hier! Okay, okay. Sag mal, ist meine Schaufel eigentlich auch zu groß, oder ist das nicht so ne große Schaufel? Ja, ist sie! Okay, okay. Hehehe. Alles klar. Warte, ich will mal eine Sache probieren. Was? Nein! Hab ich dich getroffen? Nein, hast du nicht. Jetzt probier ich was. Nein, nein, nein. Wir sind auch nicht. Das geht auch nicht los, okay? Bleib wo du bist. Ah! What? Alles ist bei dir gestorben. Sogar deine Villager. Deine Atem sind da oben. Was war das? Alles klar, ich hoffe, meine Flughose ist noch da. Ja, die ist zum Glück noch da. Soll ich dir die Lacki-Becke kaufen gehen? Weil du hast hier gar keine mehr. Äh, ich hab... Ja, ja, ich hab nicht mehr viele. Wäre cool, wenn du mir ein paar gehen kannst, oder so. Oh ja, komm, fliegen sie mal rüber, hol ihr welche. Ich bin ganz nett hier, ja? Ich kratze mich auch nicht an. Ich seh, ich bin hier der absolute Noob und du fühlst mich gleich ausgeladen. Wer? Darf ich mir was nehmen, hier, oder was? Ja, ja. Das darf ich nicht reingucken, oder was? Hör auf, hör auf. Okay, okay. Boah. Das war ich extra. Aber gleich kämpfen wir, okay? Ja, wir können gleich kämpfen. Ich nehm mein Zeug einfach wieder mit, ja? Okay. Kauf dir einfach Lacki-Becke, okay? Jetzt kaufen wir Lacki-Becke, ja. Ich seh, was du machst. Ich mach gar nichts. Ich mach überhaupt gar nichts. Ich seh, ja, immer, Suka. Hör auf. Was soll ich jetzt? Ich mach nichts. Ich mein, alles okay, ja? Bleib cool. Finde ich mich ärgert? Ich ne, ich würde dich niemals ärgern, Alfa. Mein Name im Tinti-Posch, was ist das denn hier? Aha, okay. Kannst mich nicht treuen? Ne, mach ich nicht, mach ich nicht. Jetzt flieg wir hier rüber. Ich schaffe genug, erwitz. Du hast genug, erwitz. Dann würde ich sagen, wenn wir das so machen, dass wir jetzt noch die paar Lacki-Becke aufmachen, die wir haben. Und dann kämpfen wir einfach. Und dann kämpfen wir, ja. Okay, mach ich doch mal hier. Du hast recht, diese TNT-Sachen sind wirklich richtig kacke. Ja. Ich hab noch einen Fortunier, Block. Du meinst mal auf. Ich mag 16 Plura, Lacki-Becke, auf. Die Plura sagst du die besten? Alle der besten. Okay. Alles klar. Oh, hab ein richtig krasses Schwert bekommen. Eine krasse Bazooka. Komm schon. Hä? Hast du mich gerade angegriffen? Ne, ne, ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ja, ja, ja. Wieso ist hier gerade was explodiert? Das war bestimmt dein Lucky Block. Wie war's? Du kriegst einfach immer noch größere Schwerter. Aber größer heißt nicht besser, ja? Darf ich dich angreifen? Ja, okay. Es geht los, okay. Es geht los, okay, es geht los. Wow. Ich bin fast gestorben. Oh, du bist gestorben, oder? Ja. Du hast nicht einfach one hit. Sogar mein Brunnen. Gutes Spiel. Das ist jetzt vorbei, oder was? Ja. What the fuck? Oh, ich bin auch gestorben. Ich bin auch gestorben. Oh mein Gott, der Bett ist weg. Ja, ich bin raus. Ich hab gewonnen. Alles klar. Das war auch ein bisschen unfair, ja? Ja, ich merk schon. Ich hab ein bisschen mehr Ahnung. Ey, du Cheater. Ich brenne nur. Ich cheate nicht. Wieso bist du wieder hier? Oha, ich werd richtig platt gemacht von dir. Ich merk schon, ich hab absolut keine Ahnung von diesen Lucky Blöcken. What the fuck? Nicht schummeln. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Wir haben auch auf jeden Fall für abgegriffen ein paar Videos aufgenommen. Schaut auf jeden Fall auch vorbei. Und dann will ich sagen, was ist mit dem Video. Herzlichen Dank, wenn es euch gefallen hat. Und tschüss. Ciao.